Ich bin am IBA Hackathon, weil ich die letzten beiden Jahre schon hier war. Es war mega Applausch, ich habe mit meinen Kollegen Spass gehabt, coole Sachen gelernt. Es ist einfach einmalig, das Erlebnis Hackathon in einem Stadion. Wir kamen mit Freunden zum Hackathon, weil wir uns einfach einfach zu genießen wollten. Wir wollten nur eine Nase entwickeln, in 24 Stunden zu entwickeln. Das ist eine gute Herausforderung. Wir haben keine Zeit, zu schlafen, zu trinken. Das ist ein bisschen der Herausforderung. Ich bin hier am Hackathon, weil ich denke, es fängt 24 Stunden lang in einem Team eine Challenge zu lösen. Und ich hoffe, wir machen hier etwas etwas Lustiges. Wir haben uns jetzt als Challenge ein Spiel geschnappt, was wir sonst im Alltag nicht so häufig programmieren. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was wir hier für Kreative Ideen heraus bekommen. und ich hoffe, dass wir uns in diesem Jahr schon mal so leicht machen.